Auf alles, wir schauen uns das jetzt an und da sind 200 mal die gleichen Sachen drin. Deutsche Memes, Video-Lukt-Achse, let's go! Dieses Video soll jemand verletzen und... Was ist das? Nein, was ist das? Was ist das? Wasser! DJ Khaled, hole another Vibe. Ich weiß es nicht. DJ Khaled ist einfach... Einfach ein... Einfach ein Guy. Yo Kevin, nicer Stream bis jetzt. Kleiner Tipp, Yuselie bei Dangchat auf dem Handy für Chat, da hast du Emotes und alles! Ja, das gibt es glaube ich nicht... Eure Arbeit hier ist beendet. Kehrt zum Kommandoschiff zurück und erwartet meine Befehle. Ja, mein Lieberater. Digga, bei dem Bro sind es aber echt anders! Oh, scheiße, Mann, der Arme, Alter, sieht aus wie Mo. Ja, erinnert mal, Titel. Österreich gegen Mazedonien, wer wird morgen gewinnen? Türkei! Spielt morgen nicht? Türkei! Okay? Türkei! Türkei? Türkei gewinnt immer. Österreich? Ja, immer Türkei. Österreich? Türkei! 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 Österreich? Türkei! Macht man nichts? Türkei! Für die Schuld, oder was? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Und wo das Ganze... Oh, Digga, ich schwöre, das bin einfach ich. Oh, das bin einfach ich, what the fuck. Na komm, was ist das? Zur besseren Ausleuchtung des Spielfeldes wird von den Protestlern Pyrotechnik eingesetzt. Doch an diesem 1. Mai verpufft die Rauchbombe zu einem Schnappschuss für umweltbewusste Jugendliche. Und, ein gutes Motiv? Ja, ich hab's jetzt da hingestellt, damit man's besser sieht, weil wenn das Ding unter dem Auto ist, dann bekommt der Motor schaden durch den Feinstaub. Was für ein Ehrenmann, Digga. Das ist wahrscheinlich nicht mal sein Auto. Was für ein Ehrenmann. Und das ist so verkauft, deswegen hab ich's halt da hingestellt. Boah, schrecklich. Immer, 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 immer. Was ist das? Ich rieb vor Frankreich. Aber ich hörte von Deutschland. Ach so, Deutschland, ja. Soll ich mir hier in Deutschland? Ist das wirklich schön, wenn wir sehen? Ja. In Deutschland, wie ist das? Ich rieche, ich rieche, ich rieche. Ich rieche, ich rieche, ich rieche, ich rieche, ich rieche, ich rieche. Ja, Reddit, wie gesagt, ähm, Ja, 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 lass uns bitte nicht drüber reden, Mann. Was ist das? Ja. Hat der einen Dildo in der Hand? Haben Affen, ficken sich Affen mit Dildos? diesen namen habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr gehört seit ewig zeit zum ehrensten das was schottland scott mc timonoy martin bradpfanne brad martin bradbatte ok was passiert jetzt okay hey oh 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 Uuuuhhhhhh 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 Uuuuuhhhhhh Uuuuhhhhhh Im Menschen, der hat Kevin gewandt. Machst du noch einmal Stress bei mir? Ich komm persönlich vorbei und schlag dir die Zähne raus. Haben wir uns verstanden? Machst du noch einmal Stress bei mir? Ich komm vorbei, ich mach Blasi-Blasi bei dir. Okay, haben wir uns verstanden? Ja! Ja! Das haben wir schon gesehen. Heute TLA50 AMG Bar gekauft! Bar! Ha! Digga, wie oft riecht ihr an seinen Körperteilen? Das ist auch so ein Ding, das wird der niemals wieder los. Der wird das niemals wieder los. Du musst dir vorstellen, der hat einmal nur an seinem Sack gerochen. Der hat wirklich einmal auf entspannt wollte ein bisschen sniffen, gucken, wie smelt mein Sack. So ganz normal, ganz normal einfach. Der Typ, bei Gott, der wird das nie wieder los. Der wird das nie wieder los. Ich muss auspacken, Schule. Ihr wollt mir was beibringen, was sattest. Bringt mir doch mal bei, wie man Steuern zahlt. Junge, was laberst du da? Oh! Oh! Ganz hinten immer essen. Jungs, ich schreibe nicht. Du schreibst nicht? Ich mach aus Kopf meinen Sachen. Ey! 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 Oh! Jetzt mal ganz ehrlich, Chat. Glaubt ihr, Deutschland wird Europa-Weltmeister? Jetzt mal ganz ehrlich. Safe nicht. Weil wir zu bad sind. Glaub ich nicht. Ja, glaub ich auch nicht. Was bin ich ja. Ich bin ja, glaub ich auch nicht. Ich frage dich. Ich frage dich. Ich bin im Weg. Ich bin okay. Ich bin super. Ja, das war. Beispiel? Ja. 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 Nur nichts in der Idee ist. Ja. Du fällst mich an. Ich Parrot – so. Genau. Bro, ich fühle. Warum? Wenn 1, 1 vor. Meier an Darlin. Es gibt mich wieder mal ein. Warum haben wir noch da? Lass mich ran! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr.